Jan Smit ist ein berühmter niederländischer Sänger und Moderator, geboren am 31. Dezember 1985 in Wohlendamm. Seine Musikkarriere begann bereits in jungen Jahren und mit Hits wie »Ik zing dit lied voor jou alleen« und »Als de nacht verdweint« wurde er schnell zu einem der beliebtesten Künstler der Niederlande. Allerdings war das Leben von Jan Smit nicht immer voller Ruhm. Hier sind die zehn traurigsten Geheimnisse seines Lebens. 1. Schwieriger Start Jan Smit wuchs in einer nicht sehr wohlhabenden Familie in Wollendamm auf. Schon in jungen Jahren hatte er mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Seine Familie hatte Mühe, über die Runden zu kommen, und manchmal hatte sie nicht genug Geld, um die Grundbedürfnisse zu decken. Diese schwierigen Jahre hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf Jans Seele und machten ihn entschlossener, sein Leben und das seiner Familie zu verändern. 2. Druck des Ruhmes Als Jans Karriere begann, war er noch ein Teenager. Der Druck, in so jungen Jahren ein berühmter Star zu werden, beeinträchtigte seine Psyche stark. Jan wird oft von der Öffentlichkeit und den Medien kritisiert, was ihm das Gefühl gibt, einsam und verloren zu sein. Die hohen Erwartungen sowohl der Fans als auch der Unterhaltungsindustrie haben ihm eine enorme Last aufgebürdet. 3. Depression und psychische Gesundheit Der Stress und Druck des Promilebens hat bei Jan Smith zu ernsthaften psychischen Problemen geführt. Er erzählte einmal, dass er viele Jahre lang mit Depressionen zu kämpfen hatte. Schlaflose Nächte, Ängste und negative Gedanken gehörten zu seinem Alltag. Die Suche nach professioneller Hilfe und das Besprechen dieser Probleme halfen Jan weiter, aber es war trotzdem ein harter Kampf. 4. Zerbrochene Beziehungen Auch im Liebesleben von Jan Smith läuft es nicht rund. Er hat viele zerbrochene Beziehungen erlebt, die zu tiefem Schmerz geführt haben. Diese zerbrochenen Beziehungen wirkten sich nicht nur auf sein Privatleben aus, sondern erhöhten auch den Druck seitens der Öffentlichkeit und der Medien. Jan hat immer versucht, Details über ihr Liebesleben geheim zu halten, aber die Aufmerksamkeit der Presse macht die Sache schwieriger. 5. Der Versuch, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen Als Vater von drei Kindern versuchte Jan Smith stets, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Er muss oft auf Tour gehen und an Fernsehprojekten teilnehmen, sodass ihm nur sehr wenig Zeit für seine Frau und seine Kinder bleibt. Diese Trennung verursachte viele Konflikte und Spannungen innerhalb der Familie und Jan hatte viele Schwierigkeiten, ein stabiles Familienleben aufrecht zu erhalten. 6. Der Kampf mit der Krankheit Jan Smith litt einmal unter einer schweren Krankheit, die ihn dazu veranlasste, seine Karriere für längere Zeit zu unterbrechen. Er musste sich vielen Behandlungen und Operationen unterziehen, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Der Kampf gegen die Krankheit belastete Jan nicht nur körperlich, sondern war auch eine große geistige Herausforderung. Doch mit Ausdauer und starkem Willen meisterte er diese schwierige Zeit. 7. Karriereversagen Obwohl er in seiner Karriere viele große Erfolge erzielen konnte, kann Jan Smith Misserfolge nicht vermeiden. Einige seiner Musikprojekte und Fernsehsendungen erzielten nicht den erwarteten Erfolg, was ihn frustriert und demotiviert zurückließ. Diese Misserfolge brachten Jan viele wertvolle Lektionen, hinterließen aber auch schmerzhafte Spuren in seiner Karriere. 8. Komplizierte Familienbeziehungen Die Beziehung zwischen Jan Smith und seiner Familie ist manchmal von Konflikten und Spannungen geprägt. Aufgrund seines Ruhms und seines vollen Terminkalenders hatte er kaum Zeit für seine Familie, was zu Missverständnissen und Konflikten führte. Jan musste hart arbeiten, um diese Beziehungen zu reparieren und aufrechtzuerhalten, aber es war nicht immer einfach. 9. Druck von Gesellschaft und Medien Als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens steht Jan Smith stets im Fokus der Gesellschaft und der Medien. Jede seiner Handlungen und Worte wird genau unter die Lupe genommen und etwaige Fehler können übertrieben werden. Dieser Druck hat Jan dazu gezwungen, immer vorsichtig zu sein und sein Image zu wahren, manchmal auf Kosten der persönlichen Freiheit und Privatsphäre. 10. Einsamkeit inmitten der Herrlichkeit Obwohl Jan Smith Millionen von Fans und eine glänzende Karriere hat, fühlt er sich oft einsam. Das Promileben hat eine Distanz zwischen ihm und seinen Mitmenschen geschaffen, was es für ihn schwierig macht, wirklich aufrichtige Beziehungen zu finden. Diese Einsamkeit ist eines von Jans traurigsten Geheimnissen und er sucht immer nach Wegen, sie zu überwinden und Seelenfrieden zu finden. Jan Smith ist ein lebendiger Beweis für Ausdauer und unermüdlichen Einsatz. Obwohl er viele Schwierigkeiten und Tragödien durchgemacht hat, bleibt er seinem Karriere- und Lebensweg standhaft und inspiriert Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Jan Smith hat neben einer brillanten Musik- und Fernsehkarriere auch ein buntes Liebesleben mit bemerkenswerten Liebes- und Heiratsgeschichten. Diese Beziehungen beeinflussten nicht nur sein Privatleben, sondern erregten auch große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und in den Medien. Nachfolgend finden sie bemerkenswerte Dinge über Jan Smiths Liebe und Ehen. Erste Liebe Jan Smith begann seine Karriere schon in sehr jungen Jahren und erlebte auch seine ersten Lieben viel früher als seine Altersgenossen. Eine seiner ersten Beziehungen war mit Jolante Cabau van Kassbergen, einer berühmten niederländischen Schauspielerin und Model. Ihre Beziehung begann im Jahr 2007 und wurde schnell zu einem heißen Thema in der Boulevardzeitung. Die beiden hatten süße und romantische Momente zusammen, doch diese Beziehung endete 2009. Der Grund für die Trennung soll der Druck des Ruhms und ein voller Terminkalender gewesen sein, der sie daran hinderte, genügend Zeit miteinander zu verbringen. Diese Trennung hinterließ bei Jan großen Schmerz und Bedauern. Er erzählte einmal, dass es eine der schwierigsten Zeiten in seinem Liebesleben war. Heirat mit Lisa Plath Nach der Trennung von Jolante lernte Jan Smith Lisa Plath kennen und verliebte sich in sie. Sie fingen an, sich zu verabreden und ihre Liebe erblühte schnell. Im Jahr 2011 heirateten Jan und Lisa in einer herzlichen und intimen Zeremonie, an der nur Familie und enge Freunde teilnahmen. Ihre Ehe wurde von der Öffentlichkeit und den Fans gesegnet und sie hatten drei bezaubernde gemeinsame Kinder. Emma, Zen und Femm. Obwohl die Ehe von Jan und Lisa glücklich zu sein scheint, ist sie nicht ohne Herausforderungen. Aufgrund seines vollen Arbeitsplans, zu dem auch Auftritte und Fernsehprojekte gehören, bleibt ihm nur sehr wenig Zeit, die er mit seiner Familie verbringen kann. Dies hat zu Konflikten und Spannungen in ihrer Beziehung geführt. Jan erzählte einmal, dass er sich manchmal extrem unter Druck gesetzt und müde fühlte, weil er Arbeit und Familie nicht unter einen Hut bringen konnte. Um diese Schwierigkeiten zu überwinden, mussten Jan und Lisa große Anstrengungen unternehmen. Gemeinsam suchten sie eine Eheberatung auf und versuchten, die Kommunikation zu verbessern. Geduld und Liebe haben ihnen durch die schwierigen Zeiten geholfen und sie pflegen weiterhin eine starke Beziehung. Für Jan Smith steht die Familie immer an erster Stelle und er versucht, so viel Zeit wie möglich mit seiner Frau und seinen Kindern zu verbringen. In den sozialen Netzwerken teilt er oft glückliche Familienmomente, von gemeinsamen Ausflügen bis hin zu gemütlichen Abenden zu Hause. Die Familie ist die größte Motivationsquelle, die ihm hilft, den Druck von Arbeit und Leben zu überwinden. Neben der Liebe zu seiner Familie hegt Jan Smith auch eine besondere Liebe zu seinen Fans. Er weiß ihre Unterstützung immer zu schätzen und ist ihnen dankbar. Jan organisiert oft Fantreffen und nimmt sich immer die Zeit, ihnen zuzuhören und mit ihnen zu reden. Dieses Engagement hat ihm geholfen, eine besondere Beziehung zu seinen Fans aufzubauen und sie zu einem wichtigen Teil seines Lebens zu machen. Jan Smiths. Liebe und Ehen sind ein unverzichtbarer Teil seines Lebens voller Höhen und Tiefen und Herausforderungen. Von ihren leidenschaftlichen ersten Lieben bis zu ihrer aktuellen Ehe mit Lisa Platt hat Jan viele Schwierigkeiten erlebt, aber auch viel Freude und Glück gefunden. Seine Beharrlichkeit und tiefe Liebe halfen ihm, alle Herausforderungen zu meistern und weiterhin eine starke Familienbeziehung aufrechtzuerhalten. Jan Smith, einer der talentiertesten und beliebtesten Künstler der Niederlande, hinterlässt durch viele künstlerische und soziale Aktivitäten weiterhin Spuren in den Herzen der Öffentlichkeit. Obwohl er in seinem Leben und seiner Karriere viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat, ist sein aktuelles Leben erfüllt und reich. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über Jan Smiths aktuelles Leben. Jan Smith ist weiterhin in der Musikbranche aktiv. Er bringt regelmäßig neue Musikprodukte auf den Markt und gibt Konzerte. Jan Songs werden von den Fans immer begeistert unterstützt und stehen in den Niederlanden oft an der Spitze der Musikcharts. Er beteiligte sich auch an gemeinsamen Musikprojekten mit vielen anderen Künstlern und baute so seinen Einfluss in der Musikindustrie aus. Die Familie ist für Jan Smith immer noch ein wichtiger Mittelpunkt. Er lebt glücklich mit seiner Frau Lisa Plath und den drei Kindern Emma, Zen und Fem. Trotz ihres vollen Arbeitsplans versucht Jan immer, Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Er teilt oft herzliche Familienmomente in sozialen Netzwerken und zeigt so eine persönliche und alltägliche Seite von sich. Familienausflüge und gemeinsame Aktivitäten sind Jans Art, Arbeit und Privatleben in Einklang zu bringen. Jan Schmidt engagiert sich auch sehr aktiv in Wohltätigkeits- und Sozialaktivitäten. Ganz herzlich eingeladen sind und mein Gefühl jetzt gerade auch aus meiner Perspektive des Kooperationsmanagements ist, dass wenn es diese Qualitätsbereiche nicht gäbe, man müsste sie wirklich erfinden, weil ich glaube, sie beschreiben ganz anschlussfähig für ganz viele beteiligte Akteurinnen und Akteuren im Schulsystem, was eigentlich gute Schule ausmacht. Und sie legen dabei ja deutlich Schwerpunkte auch sozusagen. Maike Schubert hat gerade schon gesagt, wie auch die einzelnen Qualitätsbereiche natürlich miteinander verwoben sind. Aber gerade die Betonung zum Beispiel der Bedeutung von individueller Förderung, die ja gleich in mehreren Qualitätsbereichen zum Ausdruck kommt. Oder auch die Betonung sozusagen dessen, dass Schülerinnen und Schüler ihr Lernen ein Stück weit selbst in die Hand nehmen. Das sind aus meiner Sicht auch in gewisser Weise Einladungen, das, was Maike Schubert ja auch gleich machen wird, tatsächlich mit dem Thema Digitalisierung zu verbinden. Mir geht es ein bisschen so, wie viele Fragen, die jetzt über Mentimeter schon eingegeben wurden, die alle schon anfangen, sozusagen das Thema Lernkultur mit Digitalisierung zu verbinden. Und das finde ich ganz spannend. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Qualitätsbereiche, die Maike Schubert gerade vorgestellt hat, ja, auch wenn, wenn Sie ja jetzt auch gemerkt haben, oder werdet ihr jetzt alle auch gemerkt haben, Digitalisierung erstmal gar nicht vorkommt. Aber an allen Stellen anschlussfähig ist auch für das Thema Lernen mit und über digitale Medien. Und das wäre vielleicht eine Frage, die ich sozusagen direkt an Maike Schubert als Schulleiterin sozusagen zurückstellen würde. Wenn du dir die Qualitätsbereiche anschaust, sozusagen in deiner Rolle als Schulleiterin, du bist ja jetzt auch vor kurzem neu an eine Schule gekommen, sagst du dann, du hast natürlich gesagt, alles hängt miteinander zusammen, aber sagst du dann, du greifst dir einen Qualitätsbereich raus, wo du sagst, hier müssen wir irgendwie jetzt dran arbeiten, oder versuchst du wirklich, die dann auch sozusagen gleichermaßen alle in den Blick zu nehmen? Ja, nee, gleichermaßen. Und zwar analysieren wir zunächst einmal unseren Iststand, wie man das dann so macht. Das heißt also, wir gehen die Qualitätsbereiche durch und schauen, wo stehen wir, was haben wir für eine Feedbackkultur, was haben wir für eine Leistungskultur, wo steht unsere Unterrichtsqualität und dann...